so es geht weiter mit dem neck bei 25.000 grad ist es irgendwie unglaublich heiß ich dachte bricht jetzt ein so eine riesen kiste und so viel relikte burgenschütz sag jetzt bitte nicht nein so wir können uns wieder verständigen diese flugabwehrkanonen haben uns erwischt du musst sie zerstören sonst kommen wir hier nie weg es sei denn du fliegst ordentlich opa weißt du weichst aus aber nein irgendwie doch nicht hä so so chill beruhig dich und du da oben auch ja chill boah glück gehabt bäm so jetzt sind wir den mittleren weg gegangen gehen wir den rechten weg das schöne ist wir werden ja immer größer was ist eigentlich mit den steinen da kann ich die komm ich gar nicht hin oh gott hä also manchmal frage ich mich bin ich echt zu blöd zum spielen und jetzt blöde bitte keine da kommentare ich spiele grandios hui alter was was wir cheat noch ach oh gott das will halt's maul alter nummer drei next one einfach durch die mitte nee geht mir links oh man weißt du wieder zwei auf einmal greifen an echt alter ab und ganz selten ab und zu denke ich mal nach bei neck die schwierigkeit ein bisschen runter zu stellen dass wir mal weiter kommen hä wie wie weißt du sag mal das spiel kann doch taktisch nicht so dermaßen ausgeklügelt sein das müssen immerhin noch zwölfjährige spielen können das ist doch das ist doch cheaterei ja erschieß mich ich werde dir deine rente versalzen kurzer prozess kurzer prozess meine fresse immer in einem trophäe jetzt geht's ans eingemachte hey hey doktor sehen sie sich die wache an ja sehr faszinierend die kobolde haben was gebaut eine alternativ schnittstelle zur neural matrix sie haben jetzt die kontrolle ja das auch aber haben sie den riesenberg relikte gesehen den sie bei sich trägt ich sollte groß werden oder wenn ich diese relikte kriege werde ich richtig groß los geht's und bogenschütze ja jetzt wird schwieriger gammher uiuiuiuiui alter kommt doch nicht so weit auseinander aaaaa 3 auf einmal jaaaa ich kack wieder ins Essen Halt doch deine Fresse. Oh, Mann! Weißt du, die Weichen haben wieder Kilometer zurück. Meine Fresse. Dass man so aggro werden kann, das ist unglaublich. Gott geht das hoch. What the... Das sah gerade aus nach einem gigantischen Flugzeug. Jetzt geht doch da hoch, Mensch. Ja, 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 ja. Tritts mal um, Schätze. Na. Rüttel, 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 rüttel. Oh! Darüber. Wow! Jetzt wird's gefährlich. Ihr glaubt, ihr haltet mich auf, oder was? Fehlende, Matrix. Lauf! 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 Ach du Scheiße. Nein, nicht so einer. Geben. Haben wir es bald. Fette Fabrik. Hier verarbeiten die wohl ihre Relikte. Das war knapp. Was? 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 Dann probieren wir es nochmal in der nächsten Folge. So eine Scheiße. Was?